Alexis Sanchez ist einer der Spieler, die eine sehr geradlinige Spielweise haben. Die gegnerischen Spieler können ihn meist nur mit Fouls stoppen, was seinen Wert für uns natürlich noch einmal unterstreicht. Alexis ist der Spieler bei der Coppa, der am meisten den Unterschied ausmacht. Er bringt so viel auf das Feld. Ich hoffe, er kann für die Partie gegen Kolumbien so gut wie möglich regenerieren. Wir wissen, dass er da sein Bestes geben wird, was er eh immer macht. Gestern hat er mit Marcelo Dias getrennt von der Mannschaft trainiert. Wir müssen abwarten und schauen, wie es bei ihm geht.